Wofür sind das? 9, 8, 4. Na ja gut haut mal rein. Greift mal an. Ich meine die produzieren zwar Gold noch, aber so viel bringt es jetzt bei denen auch nicht mehr. Da sind wir schon besser dran denke ich mal. Und der wird auf jeden Fall nicht mehr überleben. Nicht mehr lange. Weiche. Und der Turm aber auch nicht mehr lange. So geht man zu dem da schon hin. Der Turm hier so verweiligt. So da haben wir das ganze Gold auch für uns. Krass. Krass. So die geht dann noch weiter da ran. Ja wunderbar. Dann ist die Kaserne wenigstens auch weg. Der Turm ist weg. Krass will man mehr. Krass. Dann stellen wir mal hier schon ein paar Soldaten auf. Hier haben wir wieder gespalten. Und hier sind noch ein paar Türme, die wir auch gleich noch erledigen können. Wie viel Kampfkraft? 97. Na das lässt sich ja sehen. Oh die können ja den Turm hier nehmen. Der Turm ist sauber, sehr gut. Da ist auch noch einer, den müssen wir auch noch holen. Alles weg, sehr gut. 94 Kampfkraft, naja die holen ja auch gerade Gold noch ab. Von daher ist es kein Wunder. So, bei dem Turm gucken wir mal. Ok ist nicht so viel. Also los. Da stehen noch ein paar Ägypter rum. Wollen sie machen. Na Mist. Ok den Turm kriege ich jetzt gerade nicht. Den hier auch nicht. Jetzt gerade zumindest nicht. Ja kommt greift ihn an hier. Schafft ihr schon. Ich glaube an euch. Oh die ganzen Waffen liegen hier wieder rum eh. Da noch die ganzen Werkzeuge. Oben wird noch gebaut. Eisenschmelzen würde ich, äh Eisenminen würde ich jetzt hier oben nicht bauen. Oh die sind noch nicht alle geheilt. Solltet man alle da hoch gehen am besten. So dann holt erstmal den hier. Und dann. Dann haben wir Ruhe. Dann brauchen wir noch ein paar Träger. Äh Quatsch. Ja doch brauchen wir. So. 15? Vielleicht nicht noch mehr. Ja. Ernsthaft. Ich versuche jetzt ernsthaft den Turm zu nehmen. Na gut. Den hole ich mir mal schnell zurück. Und die Jungs werde ich mal kurz hier einschicken wegen Eisenerz. Ihr macht mal den Platz. Kann ja nicht sein dass ich hier angegriffen werde. Einfach mal so aus Spaß. Das könnt ihr aber mal knicken. So dann reißen wir den eben ein. Ganz einfach. Den hier auch. Und den hier auch. Dann könnt ihr hier nichts mehr aubern. Und fertig. Ich hab meine Ruhe. So und hier ist dann auch schon Feierabend glaube ich. Das ist das letzte bisschen Land von den Gelben. Dann komm schicken wir die noch runter. Und die können wir zum Nazareth schicken. Und den Turm reißen wir auch noch rein. So. Erledigt. Die Gelben sind alle weg. So. Na dann geht mal dahin. Heilt euch erstmal. So. Die schicken wir hier hin. Die können wir auch noch mit da hinschicken. Kampfkraft bei 98 jetzt auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall was ordentliches da. So. Die heilen wir jetzt erstmal alle. Und danach werden rechts die Ägypter angegriffen. Und hier werden wir neue Soldaten hinstellen. So. 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 Die schicken wir hier hin. Und euch schicken wir auch noch mit hier hin. Und euch schicken wir auch noch mit hier hin. Was macht der denn? Ringe Ringe Reihe. Sind der Kinder was wie segt was? Oder wie segt das? So. Kommt schon heilt euch mal ein bisschen. Was denn da haben wir doch hier? Okay das wird herzlich gestellt. Die Bretter und Steine rechnen hier oben sehr gut aus. So. Dann haben wir auf jeden Fall genug Soldaten für die nächste Front. Wir sollen nur warten bis die geheilt sind alle. So. Hier sind die 8 Amphoren die wir klauen mussten. Oder ernten mussten sozusagen. Oder erobern. Nehmen wir alles auf einmal ne. Erobern. Klauen. Ernten und so ne. So. Gehen wir hier runter. Mal hier noch ein bisschen Platz auf jeden Fall zum hinstellen. Sehr gut. So. Ihr könnt euch ja mal da im eigentlichen Gebiet umschauen. So gut es geht. So weit wie ihr da hinkommt. Die Lager sind schon wieder alle voll. Kloppte trakt hier. Wo soll ich denn überall hin und den Lagern? Weil ich meine ich hab platzlos nicht? Aber so. Trotzdem. Übertrieben hier. So. Das reicht erstmal. Damit kriegen wir wieder einiges voll. Schmiede. So. Dann werde ich hier oben mal ein paar Schmelzen hin bauen. Wechselschmiede brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ein paar Waffen schmieden. So. So. Eine Kaserne. Zwei Kaserne. Das sollte so reichen. Da. Da passt eine hin. Da leider nicht ganz so. Aber egal. Drei Hammer. Ein paar Spitzhacken. Machen wir mal sechs. Vorsichtshalber. Ne. Die können ja schon mal angegriffen. Dann haben wir wenigstens schon mal mit bisschen was erobert. So. Die sind auch fast alle geheilt. Sehr gut. Dann können wir mit denen schon mal weitermachen dann. Da ist ja Gold. Ich glaube da haben sie auch Edelsteine eingelagert. Aber das wird nicht mehr lange anhalten. Ein bisschen. So. Der Ton gehört mir. Sehr gut. Und kommen schon welche angedackelt und wollen angreifen? Ich glaube nicht. Ne. Bisschen nicht. Vielleicht haben sie auch ihre ganzen Soldaten schon abgeschickt gehabt. Vielleicht haben die ja gar keine mehr. Da haben sie schon alle verprügelt. Ne. Da kommen welche. Okay. So. Die Dackeln extra nach oben. Oder sollen sie machen. So. Der wird noch geheilt. Und dann sind alle geheilt. Oder? Ja. Geht so aus. Wie können wir die ja alle hier rüberschicken? Na gut. Dann. Erobert mal die Türme hier. Damit wir hier. Ja. Boah. Boah. Da haben sie Waffen. Nein. Ohne Schwerter. Nein. Entschuldigung. Er teleportiert. Fuck. Wohin. Das hier nicht. Hier hin. Okay. Reicht genug weg. Ich schweine. Reicht genug weg weg. Äh. Teleportiert hier. Ich glaube das hat die langsam. So. Holt euch mal jetzt den Turm da. So. Soldaten können sie nicht holen. Also keine Träger haben. Das ist sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall jetzt gerade einen Vorteil. hier hin. Die schicken wir noch hier hin. So. Hier oben können die noch suchen. Da oben ist nämlich Kohle. Und die schicken wir noch mit hier rüber. hier. Das ist sehr gut. Sehr gut. Wieder ein Tenorobot. Hast du noch den Großen und den Großen. Dann haben wir hier. das Gold und die Edelsteine eigentlich auch auf unserer Seite. hier. Das sollte zumindest so sein. Sollte zumindest so sein. Sehr gut. Und die Waffen gehören uns auch gleich. Sehr gut. 105 Kampfkraft. Na das läuft doch. Also die Gegner, die können nichts mehr machen. Die sind erledigt. So. Dann zaubern wir noch eine kleine Runde. Noch ein bisschen Brot. Ein paar Bögen. Okay. Hätte mich auch über mehr gefreut. Aber na gut. Ist okay. Kann man ja machen. So. Hier unten sind die Schmelzen. Holt die mal kaputt. So. Und ihr geht hier weiter hin. Und ihr kommt mit hier runter. Ah. Okay. Ein großer Turm ist hier. Und Eisenerz ohne Ende. Eieiei. Da haben wir ja richtig was zu tun. Hier. Und hier suchen wir erstmal Kohle. Damit wir da auch zu tun haben. Sehr schön. Alles weggerissen.